Ja, vielen Dank. Noch einmal schönen guten Abend an Sie alle, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Salzfiedl, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Vertreterinnen der Medien. Ich sehe hier einige neue Gesichter, für einige ist es eine Premiere, für mich ist es auch die Premiere, eine Stadtratssitzung zumindest für den ersten Tagesordnungspunkt leiten zu dürfen. Ich eröffne diese heutige konstituierende Stadtratssitzung genau einen Monat und einen Tag nach der Wahl und darf Ihnen noch einmal ganz herzlich zu Ihrer erfolgreichen Wahl in diesem Stadtrat gratulieren. Ich nutze die Gelegenheit aber auch, mich noch einmal bei allen ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern zu bedanken, die für den reibungslosen Ablauf dieser Kommunalwahl und auch der Europawahl gesorgt haben am 9. Juni. Und ich danke auch natürlich allen hauptamtlich befassten Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls dazu beigetragen haben. Und gestatten Sie mir noch den Satz, dass ich mich freue auf eine gemeinsame Zusammenarbeit. Lassen Sie uns gemeinsam für unsere wunderschöne Hansestadt Salzfiedl einschließlich aller Ortsteile arbeiten. Setzen wir uns eben gemeinsam dafür ein. Und ich habe mir erlaubt, damit Sie auch ein bisschen Flagge zeigen, dass Sie Salzfiedlerinnen und Salzfiedler sind, wenn Sie irgendwo hinfahren, Ihnen ein paar kleine Sachen auf den Tisch zu legen. Kommen wir wieder zum formellen Teil. Ich darf die ordnungsgemäße Ladung zu dieser konstituierenden Stadtratssitzung heute hier feststellen. Und auch die Beschlussfähigkeit dieses Stadtrates. Wir sind 31 anwesende Stadtratsmitglieder und damit eben beschlussfähig. Und jetzt bin ich nämlich schon fast durch und möchte, bevor es zum Tagesordnungspunkt 2 kommt, die Sitzungsleitung übergeben an das an Jahren älteste Stadtratsmitglied. Das ist Herr Wolfgang Kappler. Ich darf Herrn Kappler bitten, hier vorne neben mir Platz zu nehmen. Schönen guten Abend auch von mir. Für die ersten beiden oder zwei Tagesordnungspunkte 2 und 3 bin ich hier heute Abend zuständig und möchte als erstes beginnen, so wie es in der Tagesordnung steht, mit der Verpflichtung aller Stadträte. Ich möchte Sie bitten, sich von den Plätzen zu erheben und mir nachzusprechen. Ich gelobe treu der Verfassung. Ich gelobe treu der Verfassung. Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Hansestadt Salzviertel gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern. Gehorsam den Gesetzen und Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern. Danke. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3, Wahl eines Vorsitzenden des Stadtrates in geheimer Wahl. Ich bitte um Vorschläge. Herr Dreefs. Weitere Vorschläge? Herr Kast. Wir sagen, kann es mich auch anders vor. Gibt es weitere Vorschläge? Herr Krümmel? Ich bin da nicht vor. Ja, danke. Danke. Weitere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann möchte ich die Verwaltung bitten, die Stimmzettel vorzubereiten. Bis das fertig ist, würde ich dann nachher vorschlagen, eine kurze Pause machen. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, bitte einen Stimmzettel empfangen, die Wahlkabine benutzen und dann diese in die Wahl ohne eingeben. Und zu diesem Prozedere möchte ich Sie bitten, mir bitte noch zwei Wahlhelfer freiwillig zur Seite zu stellen. Wer ist bereit, als Wahlhelfer zu helfen? Ute, dann nehme ich dich gerne und Arne, ich nehme dich als Wahlhelfer. Danke. Bis die Stimmzettel fertig sind, bitte noch ein bisschen ausharren und wir machen eine kurze Pause. Die Stimmzettel sind vorbereitet. Ich möchte jetzt im Vorfeld mit der Wahl noch mal fragen, Herr Norbert Hund, stehen Sie für das Amt zur Verfügung? Ja. Herr Hans-Michael Koronowski, stehen Sie für das Amt zur Verfügung? Ja. Frau Sabine Darnecke, stehen Sie für dieses Amt zur Verfügung? Ja. Dann möchte ich Sie bitten, hier vorne von den Linken anfangen, einzeln die Stimmzettel zu empfangen, zu wählen und Reihe rum. So, bitte, ich möchte vor allem mal, dass Sie sich anschauen. Die Wahlurne ist leer, die wird jetzt verschlossen. Wie gesagt, bitte die Wahlkabinen benutzen. Es kann losgehen. Ich möchte jetzt das offizielle Wahlergebnis für den Vorsitz des Stadtrates bekannt geben. Frau Sabine Darnecke, fünf Stimmen. Herr Hans-Michael Koronowski, acht Stimmen. Und Herr Norbert Hund, 18 Stimmen von den 31 abgegebenen Stimmen. Herr Norbert Hund ist damit zum Vorsitzenden des Stadtrates gewählt. Herr Norbert Hund, ich bitte Sie nach vorne. Herr Norbert Hund, ich bitte Sie auch noch fragen, ob Sie die Wahl handeln. Ja, danke. Ja, meine Damen und Herren Stadträtinnen und Stadträte. Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen und ich versichere Ihnen, dass ich hier werteneutral die Stadtratssitzung im Sinne der Sitzungsleitung führen werde, so wie es von der Geschäftsordnung von mir verlangt wird. Und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. Schönen Dank. So, wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 4, die Verpflichtung des ältesten Mitglieds des Stadtrates, das ist Herr Wolfgang Kappler, und die Formel. Herr Kappler, ich bitte Sie, dann eben auch nachzusprechen. Ich gelobe treu der Verfassung, gehorsam den Gesetzen die gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten, insbesondere gelobe ich, die Rechte der Hansestadt-Salzwittel gewissenhaft zu wahren und das Wohl der Stadt und seiner Einwohner nach Kräften zu fördern. Damit sind Sie verpflichtet, Herr Kappler. Gut, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 5. Wir haben die Gültigkeit der Kommunalwahlen festzustellen. Das ist die Beschlussvorlage 24.01. Und, ja, bitte. Ich will Ihnen nicht verschweigen, das ist zur Ortschaftsratswahl in Tülsen, das habe ich auch dem Gemeindewahlausschuss so mitgeteilt, zwei anonyme Hinweise gehabt, die ich aber eben nicht verfolgen kann. Es ging darum, dass die Wahlwehrbarkeit eines gewählten Ortschaftsratsmitgliedes dort angezweifelt worden ist, aber nach § 50 Absatz 1 des Kommunalwahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ist jeder Wahlberechtigte zu einem Einspruch bereit. Ich kann aber nicht prüfen, ob es sich um einen Wahlberechtigten handelt. Ich sage es Ihnen aber deswegen, weil ich das eben auch im Gemeindewahlausschuss auch zu Urkund getan habe. Dankeschön. Ja, schönen Dank nochmal für den Hinweis. Gibt es weitere Bemerkungen, Anmerkungen zu dieser Vorlage? Ich hätte noch einen Vorschlag zum Verfahren. Grundsätzlich ist es auch möglich, diesen Beschluss en bloc abzustimmen, weil es sich um gleichartige Fälle handelt. Dafür wäre aber Voraussetzung, dass der Stadtrat vorher den Beschluss fasst, das en bloc abstimmen zu wollen. Das hätte ich jetzt abgefragt. Sie haben ja zugehört, was Herr Holz gesagt hat. Normalerweise müsste über jede einzelne Wahl abgestimmt werden. Es ist aber auch möglich, über die Wahlergebnisse von A bis R im Block abzustimmen. Wer damit einverstanden ist, dass wir von A bis R im Block abstimmen, den bitte ich mal ums Kartenzeichen. Danke. Ich sehe, das ist einstimmig. Und somit rufe ich den Beschluss 2401 A bis R auf. Wer dem zustimmt, den bitte ich ums Kartenzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenenthaltungen ist nicht der Fall. Damit ist die Wahl bestätigt für die Ortschaftsräte. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 6. Eines meiner Steckenpferde, die Geschäftsordnung. Sie haben ja die Geschäftsordnung mit der Einladung bekommen und konnten sie durcharbeiten, durchlesen. Gibt es Anmerkungen Ihrerseits zur Geschäftsordnung, Änderungswünsche zur Geschäftsordnung? Wenn das nicht der Fall ist, dann lasse ich über den Tagesordnungspunkt 20-24-02 die Bestätigung der Geschäftsordnung abstimmen. Wer dem zustimmt, bitte ich ums Kartenzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenenthaltungen ist nicht der Fall. Damit haben wir eine gültige Geschäftsordnung, an die wir uns dann auch alle zu halten haben. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7. Die Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden oder des Vorsitzenden des Stadtrates in der Reihenfolge. Erster Stellvertreter, zweiter Stellvertreter. Gibt es Vorschläge für den ersten stellvertretenden Posten? Herr Kappler? Wir schlagen Jus Fischer von unserer Fraktion vor. Und Herr Karsch? Herr Schlaff, Hans-Michael Koranowski. Okay. Gibt es weitere Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann frage ich Herrn Fischer, würden Sie diese Wahl annehmen? Das mache ich. Und Herr Koranowski? Danke. Dann sind die Wahlzettel vorzubereiten. Wir machen da wieder eine kleine Pause. Das ging ja vorhin auch schnell. Ich denke mal, das wird diesmal auch nicht länger dauern. So, jetzt liegen die Wahlzettel vor und ich würde dann darum bitten, dass wir mit der Wahl beginnen. So, ich gebe das Ergebnis des Wahlgangs für den ersten Stellvertretender bekannt. Herr Koranowski hat 13 Stimmen und Herr Fischer 18 Stimmen. Damit ist Herr Fischer gewählt. Herr Fischer, nehmen Sie die Wahl an. So, und wir kommen dann zur Wahl des zweiten Stellvertreters des Stadtrates. Gibt es Vorschläge für Herr Karsch? Hans-Michael Koranowski. Okay, ich frage jetzt nochmal, ob Sie, und Herr Ullmeier? Danke, Sieg, Herr Reinhardt. Okay, würden Sie dann die Wahl annehmen? Okay, dann haben wir also jetzt zwei Bewerber. Gibt es weitere Bewerber? Das ist nicht der Fall. Dann werden jetzt die Wahlzettel vorbereitet. So, ich sehe gerade, dass auch die Wahlzettel fertig sind. Wir verfahren so, wie wir es jetzt schon zweimal gemacht haben. Ich bitte dann, mit der Wahl zu beginnen. So, ich gebe das Wahlergebnis bekannt. Auf Herrn Koranowski fallen wieder 13 Stimmen, auf Frau Antje Siegel-Reinhardt fallen 18 Stimmen. Ich gratuliere, Frau Siegel-Reinhardt. Und frage, nehmen Sie die Wahl an. Danke. 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 Gut, ich bedanke mich bei allen für die zügige Durchführung der Wahl. Und damit ist der Vorsitz des Stadtrates komplett. Ich bitte, Frau Siegel-Reinhardt, noch Platz zu nehmen. Und schäkend machen wir nachher, Frau Siegel-Reinhardt. Meine Hände sind doch durchsindlang genug. Gut, dann kommen wir zum Punkt 8 der Tagesordnung. Auch wenn hier schon fraktionsmäßig zusammengesessen wird, muss die Bildung der Fraktionen natürlich auch entsprechend angezeigt sein. Und da bitte ich mal Herrn Holz um das Wort. Ja, es sind folgende Fraktionen angezeigt worden. Fraktionen der AfD, bestehend aus Herrn Karsch, Herrn Koranowski, Frau Matthias, Herr Niemann, Herr Gede, Herr Goers, Frau Röse, Herr Scholz, Frau Wegner, Fraktionsvorsitzender Herr Karsch und stellvertretender Vorsitzender Herr Niemann. Dann Fraktion Die Linke, bestehend aus Frau Brunsch, Herrn Ohlmeier, Frau Siegel-Reinhardt, Frau Schulz und Herrn Schönfeld, Fraktionsvorsitzende Frau Brunsch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender Herr Ohlmeier. Dann Fraktion CDU-Salzwedel-Land, bestehend aus Herrn Beckmann, Herrn Fischer, Herrn Kreitz, Herrn Kappler, Herrn Böder, Herrn Schulze, Herrn Blum und Herrn Tanke, Fraktionsvorsitzender Herr Kappler, Stellvertreter Herr Böder. Dann Fraktion Bündnis für Salzwedel-SPD, bestehend aus Frau Binde, Herrn Dreefs, Herrn Hund, Herrn Klett, Frau Kreitz-Heuer, Frau Hoffmann, Frau Schwesig, Frau Hauptstein, Fraktionsvorsitzender Herr Dreefs, stellvertretende Fraktionsvorsitzende Frau Hoffmann. Und dann die freie Fraktion, bestehend aus Herrn Krümmel, Herrn Gille, Herrn Reinhardt, Herrn Sensenschmidt, Frau Westing und Frau Danicke, Fraktionsvorsitzender Herr Krümmel, Stellvertreter. Ja, Herr Krümmel. Ja, ich gebe den Fraktionsvorsitzenden Frau Danicke ab und bin selber dann als Stellvertreter. Das hat sich kurzfristig erinnert. Okay. Wir haben es zur Kenntnis genommen. Dann bin ich fertig. Gut, damit hat Herr Holz noch einmal bekannt gegeben, wie sich die Fraktionen hier im Stadtrat zusammensetzen. Wir kommen jetzt zur Beratung über die Vorsitzenden der drei Ausschüsse, zwei beratenden Ausschüsse und des entsprechenden beschließenden Ausschusses nach der neuen Hauptsatzung der Hansestadt. Hier ist es so, dass das erste Zukunftsrecht die stärkste Fraktion hat, die also sagen kann, in welchem Ausschuss sie den Vorsitz übernehmen will. Und das wäre in dem Fall mit neun Sitzen die AfD-Fraktion. Herr Karsch, welchen Ausschuss wollen Sie jetzt als Vorsitz übernehmen oder die Fraktionen als Vorsitz übernehmen? Den Ausschuss Bau und Verkehr als Vorsitzender, Herr Jens Niemann. Danke. Dann sind ja noch der Finanzausschuss und der Marketingausschuss abgekürzt. In der Hauptsatzung ist das alles ein bisschen umfangreicher dargestellt, aber wir wissen, wovon wir sprechen. Und hier ist es so, dass zwei Fraktionen gleich stark jetzt den Zugriff hätten. Das ist einmal die Fraktion Salzbüttel-Land, CDU und die Fraktion Bündnis für Salzbüttel und SPD. Soweit mir im Vorfeld gesagt worden ist, gab es da eine Einigung. Herr Kappler, ist das richtig? Das ist richtig. Herr Drefs, ist das richtig? Das ist richtig. Marketing, Ökologie, Touristik. Marketing, Tourismus und auch eine Vorsitzende oder Vorsitzende benannt. Frau Hoffmann als Vorsitzende. Und dann Herr Kappler? Wir übernehmen den Finanzausschuss mit Arne Beckmann. Okay. Damit sind die auch die Verteilung der Vorsitzende. Und wir kommen dann, Punkt 9 der Tagesordnung ist damit erledigt. Die Benennung der Ausschussmitglieder für Hauptausschuss. Haben Sie da die Namen, Herr Holz? Herr Holz? Ich muss dazu sagen, das habe ich noch nicht komplett von allen Fraktionen. Dann fragen wir ab. Ich würde jetzt dort, wo ich das noch nicht vorliegen habe, das abfragen. Genau. Ich beginne mal mit der AfD-Fraktion. Da liegt mir nichts vor. Für den Bauausschuss weiß ich jetzt ja niemanden. Aber es sind jeweils zwei Sitze zu besetzen. Ganz kurz, Herr Holz. Die Besetzung erfolgt nach dem Verfahren nach DeHondner. Nach Haren-Niemeyer, Entschuldigung. Aufsichtsräten ist der Haren-Niemeyer. Und damit stehen der Fraktion AfD, der Fraktion Salzbüttel-Land, CDU und der AfD und der Fraktion Bündnis für Salzbüttel-SPD jeweils zwei Sitze zu und der Fraktion Die Linke jeweils einen Sitz zu. Und die Freien haben auch jeweils einen Sitz. Damit sind wir bei acht. Neun Sitz für die Ausschüsse. Neun Sitz für die Ausschüsse. Außer Hauptausschuss. Außer Hauptausschuss. Und Betriebsausschuss Kita. Genau. So, Herr Holz. Ja, wie gesagt, dann machen wir weiter. Hauptausschuss hatten Sie gefragt. Ja, fangen wir mal im Hauptausschuss an. Sandra Röse und Roland Karsch. Gut. Bauausschuss. Bauausschuss. Bauausschuss Jens Niemann, Uwe Gede. Betriebsausschuss Kita. Sören Scholz. Markus Goers. Finanzen. Finanz. Sandra Röse, Roland Karsch. Und, ich sag mal, vereinfacht Marketingausschuss. Petra Matthias, Sören Scholz. Gut, dann, Herr Kappler hat es mir eben gegeben, muss ich noch einpflegen. Von den Linken fehlte mir noch für Kita, das war Frau Schulz. Ja, aber ich muss von Herrn Kappler das noch einpflegen, dann kann ich alles nochmal, vielleicht eine kleine Sekunde, dann verlese ich das alles komplett. Gut, machen wir eine ganz kurze Pause. So, ich würde dann einfach mal die Ausschussmitglieder, wie sie benannt sind, für die einzelnen Ausschüsse nochmal verlesen und dann anschließend darum bitten, dass der Stadtrat das bestätigt. Hauptausschuss. Frau Röse, Herr Karsch, Herr Dreefs, Herr Hund, Herr Kappler, Herr Böder, Herr Gille, Frau Brunsch. Kita-Eigenbetriebsausschuss. Herr Schultz, Frau Schultz, Herr Gürs, Frau Binde, Frau Kreizheuer, Herr Kappler, Herr Böder, Frau Westing, Frau Schulz. Bauausschuss, Herr Niemeyer, Herr Gede, Niemann, Entschuldigung, Gelobbesserung. Also, Herr Niemann, Herr Gede, dann Herr Klett, Frau Hoffmann, Herr Kreiz, Herr Tanke, Herr Sensenschmidt, Frau Danicke, Herr Schönfeld. Ich habe nochmal eine Erinnerung, statt Frau Danicke habe ich das im Ratsch. Okay, also anstelle Frau Danicke, Herr Krümmel. So, Finanzausschuss, Frau Röse, Herr Karsch, Frau Hauptstein, Herr Hund, Herr Beckmann, Herr Schulze, Herr Reinhardt, Frau Danicke, Herr Ohlmeier. Und Marketingausschuss, Frau Matthias, dann Herr Schulz, Herr Schulz, Frau Hoffmann, Frau Schwesig, Herr Fischer, Herr Blum, Frau Westing, Herr Krümmel, Frau Siegel-Reinhardt. So, das von Herrn Holz eben vorgetragen wird, die Besetzung der Ausschüsse müsste der Stadtrat bestätigen. Ich bitte um Bestätigung der Aussagen von Herrn Holz. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Nicht der Fall. Damit ist der Punkt 10 der Tagesordnung als erledigt zu betrachten. Und wir kommen zu Punkt 11, die Benennung der Beschäftigtenvertreter für den Eigenbetriebsausschuss Kindertagesstätten. Das ist die Vorlage 2024-003. Gibt es zu dieser Vorlage Anfragen? Änderungswünsche ist nicht der Fall. Dann lasse ich über die Vorlage über die Bestellung der Beschäftigtenvertreter hier abstimmen. Wer der Vorlage zustimmt, den bitte ich ums Kartenzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Nicht der Fall. Einstimmig bestätigt. Und wir sind dann im Tagesordnungspunkt 12 angekommen. Hier geht es um die Berufung der sachkundigen Einwohner. Liegen da Namen vor, Herr Holz? Von der AfD habe ich die Namen noch nicht. Ich habe gestern kurzfristig entschieden. Frank Sill und Jörg Krümmel. So, Frank Sill? Ja. In welchem Ausschuss? Im Bauausschuss. Und Jörg Krümmel im Marketingausschuss. Gut, von Bündnis für Salzwil und SPD liegen Namen vor. Und zwar für den Bauausschuss, meine ich. Herr Mayer. Herr Mayer. Und für den Marketingausschuss, Herr oder Frau? Muss ich jetzt mal gucken? Henning? Frau. Frau Henning. Genau. Und von der Fraktion CDU, Salzwed-Land, das ist auch gerade vorgelegt worden, für den Marketingausschuss, Frau Christiane Peters. Und für den Bauausschuss, Herr Karl-Heinz Schliekau. Das müsste auch vom Stadtrat bestätigt werden. So, hier ist dasselbe Verfahren, wie wir es eben schon mal hatten. Wir müssten diese Namen jetzt bestätigen. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich ums Kartenzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Ist nicht der Fall. Also einstimmig die eben genannten Personen bestätigt, als sachkundiger Einwohner. Wir sind im Punkt 13 der Tagesordnung angekommen. Hier geht es um die Benennung der Vertreter für die Aufsichtsräte im Seniorenzentrum Vita GmbH, in der Wohnungsbaugesellschaft und der FUS Freizeit und Service GmbH. Liegen Namen vor, Herr Holz? Vorliegen mir von Bündnis für Salzwed, SPD, für die Vita, Frau Hopstein, Frau Binde, von der Freien Fraktion, Herr Reinhardt und von der Fraktion Die Linke, Frau Schulz. Jetzt muss ich mal gucken, von der AfD. Noch nicht? Da, Herr Hans-Bichl, Herr Koronowski und Frau Wegner. Seniorenzentrum jetzt. Ja, Vita. So, jetzt müssen wir mal gucken, CDU, beiseite Land für die Vita. Hier steht nur Herr Holger Schmidt. Dürfen wir zwei? Ja. Melde ich nach. Okay, dann müssen wir aber dann im nächsten Stadtrat bestätigen. Das weiß ich nicht. Reicht es aus, wenn wir eine kurze Bedenkzeit machen? Zwei Minuten, drei Minuten? Ja? Thomas Mayer. Thoralf Mayer. Seniorenzentrum Vita. Ja, okay. So, so ein Wobow, ne? Dann bei der Wobow. Ich fange wieder bei der AfD an. Die Wobow. Achso, Wobow, ja. Da sind zwei. Ja. Einmal Uwe Gede und Roland Karsch. Gede, Karsch. So, bei. Ja, bei der Wobow gibt es auch von der Fraktion nur einen? Herr Blum, also Herr Blum. Gut, dann lese ich vor. Für die Wobow sind das dann Herr Gede, Herr Karsch, Frau Hoffmann, Herr Hund, Herr Meier, Herr Blum, Herr Weimert und Herr Sackgut von den Linken. Dann kommen wir zur FUS. Da fehlt mir jetzt auch von der AfD wieder der Matthias. Und haben wir da FUS? Ja, Frau Böhm. Gut. Also, für die FUS sind es nur vier Aufsichtsräte, die zu bestellen sind. Das ist dann für die AfD Frau Matthias, für Bündnis für Salzwedel SPD Frau Hopstein, für CDU Salzwedel Land Herr Böhm und für die Frau Böhm und für die Freie Fraktion dann Frau Meier, glaube ich. Frau Meier, ja. So. Gut, auch hier das Verfahren, die Benennung oder die Bestätigung der eben genannten Vertreter in den Aufsichtsräten. Wer mit den Vertretern einverstanden ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Ist nicht der Fall. Damit ist das also erledigt. So, wir sind dann bei dem VKWA. Die Vertreter, die da zu benennen sind, die Stadt Salzwedel hat wie viele Vertreter zu benennen? Es sind vier, ne? Und jeweils ein Schlervertreter. Es sind vier Vertreter zu wählen und für diese vier gewählten Vertreter muss auch ein namentlicher Vertreter jeweils noch benannt werden. Ja. Wahl im Sinne einer richtig ordentlichen Wahl? Einer Wahl. Also wenn niemand widerspricht und die vier genannt werden, dann können die vier auch im Block offen gewählt werden. Allerdings nur, wenn niemand widerspricht. Okay. So, liegen Namen vor? Von der AfD fehlt mir noch ein Vorschlag. Roland Karsch als Vertreter Uwe Gede. Gut. Dann von CDU Salzwedel-Land fehlt mir die Vertretung. Ralf, Ingo, Tanke. Gut, ich lese vor, also für die Wahl vorgeschlagen sind von der AfD Herr Karsch, vom Bündnis für Salzwedel der SPD Herr Meining, von CDU Salzwedel-Land Frau Blümel und von der Freien Fraktion Herr Krümmel. Das wären die vier, die gewählt werden müssen. Gut. Herr Holz hat es eben schon erwähnt. Die Wahl kann offen durchgeführt werden, soweit keiner dem widerspricht. Gibt es einen Widerspruch, die Wahl offen durchzuführen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann lasse ich die Vertreter offen wählen, wer den genannten Personen zustimmt. Den bitte ich mal ums Kartenzeichen. Danke. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall. Herzlichen Glückwunsch an die genannten Personen. Und wir kommen jetzt zu den namentlich genannten Stellvertretern. So, das sind Herr Gede, Herr Hund, Herr Tanke und Herr Sensen-Schmidt. Ja, das gleiche Verfahren. Wieder die Abfrage, ist jemand gegen eine offene Abstimmung? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich jetzt abzustimmen. Wer dem zustimmt, bitte ich ums Kartenzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung ist eine Stimmenthaltung? Ja. Okay. Bei einer Stimmenthaltung ist die Wahl dann angenommen. Ja, den muss ich jetzt noch machen. Der Stadtrat muss jetzt noch diejenige Person aus den vier Vertretern benennen, die die Stimmen für die Hansestadt-Salzwiedel abgibt. Ah ja, das ist folgendermaßen. Die Hansestadt-Salzwiedel hat natürlich nicht vier Stimmen, die dort alle ihre Hand geben, sondern einer muss der Stimmenabgeber für die Vertretung der Stadt-Salzwiedel im VKWA sein. Gibt es da einen Vorschlag? Herr Kappler und Herr Dreefs. Herr Dreef, ich schlage einfach den Bürgermeister vor. Dann muss man darüber abstimmen. Es gibt zwei Vorschläge. Und die haben das jetzt nicht. Nein, das ist keine Wahl. Das ist keine Wahl. Das ist eine Abstimmung. Das ist eine reine Abstimmung. Und dann machen wir das nach dem Alphabet. Wer also dem Vorschlag von Herrn Kappler folgt, Frau Blümel, die als Stimmabgeberin im VKWA dort aufzutreten, den bitte ich mal ums Kartenzeichen. Ich zähle noch mal rückwärts. 16. 16. Und wer für Herrn Meining stimmt, bitte ich jetzt mal ums Abstimmungsergebnis. 1, 2, 3, 4, 5, 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 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 10, 11, 12, 11, 13, 11, 13, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15. 15. 15. Damit kommen wir auf 31 Stimmen, so wie wir hier auch vertreten sind. Und Frau Blümel wird dann die Stimmabgeberin im VKWA für die Stadt Salzbinden sein. Und jetzt? Genau. Für den Fall, dass Frau Blümel mal nicht anwesend ist, muss noch Vertreter. Auch hier geht es um die Vertretung von Frau Blümel. Die Vertretung von Frau Blümel im VKWA ist nicht automatisch die Vertreterin für die Stimmabgabe, sondern das muss jetzt separat festgestellt werden. Mein Vorschlag ist, dann Herrn Meining als Vertretung da zu benennen. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich mal am Skatenzeichen. Das ist eine deutliche Mehrheit. Ist jemand dagegen? Stimmenthaltung? Ist auch nicht der Fall. Somit ist auch dieser Tagesordnungspunkt als abgearbeitet zu betrachten. So, wir kommen dann zur Wahl eines Vertreters für die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband. Gibt es da Vorschläge? Die sind aufgeführt. Die sind aufgeführt, dass einmal, das ist die Vorlage, ach hier ist ein bisschen was durcheinandergekommen, glaube ich, 007 und hier wird vorgeschlagen, Herrn Meining als Vertreter zu wählen und Herrn Holz als Stellvertreter zu wählen. Da es auch wieder eine Wahl ist, die Frage, hat jemand etwas dagegen, dass wir hier das Ganze offen abstimmen, ist nicht der Fall. Ich würde das trotzdem in zwei Schritten machen, einmal für den Vertreter und einmal für den Stellvertreter. Wer also dafür ist, dass Herr Meining der Vertreter im Zweckverband ist, den bitte ich ums Skatenzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Ist nicht der Fall. Damit ist Herr Meining gewählt und wer der Meinung ist, dass Herr Holz sein Stellvertreter sein soll, den bitte ich jetzt ums Skatenzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Ist nicht der Fall. Damit ist Herr Holz als Stellvertreter gewählt. So, jetzt sind wir mit dem Tagesordnungspunkt. In der Verbandsversammlung des Unterhaltungsverbandes Jeze. Ich habe hier die FUS bei 208. Das ist was. Achso, jetzt ist es schon erledigt. So, wir sind dann, wie gesagt, bei der Benennung für den Unterhaltungsverband Jeze. Hier ist irgendwas mit dem Einheft, ein bisschen außer Reihe geraten. Das ist die Vorlage 004. Herr Drews? Müssen wir bei der Vorlage noch die Entsendung in den Hauptausschuss abstimmen? Nee, haben wir doch gemacht. Wir haben doch sämtliche Ausschüsse durch... Das steht in der Vorlage noch so weiter. Das ist damit enthalten in der Vorlage, in der Abstimmung. Das ist vom Text her ein bisschen umfangreicher formuliert, enthält aber letztendlich, dass das Ganze die Vorlage ist. So, Herr Drews, jetzt haben Sie mich aus dem Konzept gebracht, aus dem Drehbuch hier. Gedreffst haben Sie mich. Wir sind jetzt beim Unterhaltungsverband Jeze. Das ist die Vorlage 004. Und hier geht es darum, um Herrn Olaf Meining als Mitglied zu benennen. Und Herrn Matthias Holz als Vertreter zu benennen. Für die Verbandsversammlung zu benennen. Und das mache ich auch in Abstimmung erst mal Punkt A. Wer damit einverstanden ist, wir müssen jetzt nicht wählen, sondern nur benennen. Wer also damit einverstanden ist, dass Herr Meining in die Verbandsversammlung und Herr Holz als Vertreter für die Versammlung benannt wird, den bitte ich ums Gartenzeichen. Danke. Und in Punkt B, da geht es darum, um für den Ausschuss zu benennen. Da wird vorgeschlagen, Herr Meining und Frau Hartwig als Vertreter im Ausschuss. Und Herr Matthias Holz und Frau Lisa Marie Böttcher als Vertretung in der Versammlung. Wer, gibt es da irgendwelche Nachfragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann lasse ich abstimmen. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich ums Gartenzeichen. Danke. Gegenstimmen, Stimmenthaltung ist nicht der Fall. Damit ist auch Tagesordnungspunkt 16 erledigt. Punkt 17, Anfragen und Anregungen. Herr Meining. Ich möchte Ihnen zwei Dinge noch mitteilen. Wenn Sie sich jetzt vielleicht fragen, regionale Planungsgemeinschaft, warum hier kein Entsendungsbeschluss gefasst wird, das ist im Gesetz so geregelt, dass der Hauptverwaltungsbeamte, der sozusagen die Hansestadt Salzviel in der Regionalversammlung der regionalen Planungsgemeinschaft Altmark vertritt. Deswegen ist das hier nicht gesondert zu behandeln oder zu beschließen. Und dann ist es so, dass das Land Sachsen-Anhalt uns mitgeteilt hat, dass diese Broschüre, das ist noch die alte, das ist das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt und die Kommunalwahlordnung und andere Gesetze sind hier noch drin, dass das gerade neu aufgelegt wird, weil es ja auch eine umfassende Änderung gab, die zum 1. Juli in Kraft getreten ist. Das wird uns noch zugeschickt, diese Broschüre. Sobald die da ist, bekommen Sie die selbstverständlich. Und sobald aber der E-Mail-Verteiler steht, aller Damen und Herren Stadträte, können wir Ihnen auch schon den Link schicken, wo diese Broschüre im Prinzip schon online verfügbar ist beim Land Sachsen-Anhalt, damit Sie sich dann auch so einlesen können. Und ebenfalls, wenn der Link steht, dann bekommen Sie natürlich auch das Foto von der Sitzung heute zu Beginn. Dankeschön. So, wir sind beim Tagesordnungspunkt Anfragen und Anregungen. Ich hätte vielleicht auch im Interesse mit mehreren Mitgliedern des Stadtrates eine Nachfrage, wie funktioniert das jetzt mit der Übergabe der iPads an die Mitglieder des Stadtrates, was ist zu betrachten? Wir haben ja den Vertrag hier drin. Herr Holz. Ja, das hätte ich jetzt unter Anfragen und Anregungen auch noch angesprochen. Sie haben alle in Ihrer Mappe die Vereinbarung zur digitalen Ratsarbeit. Die brauchen wir zurück und so wie wir den Rücklauf haben, werden wir uns mit den jeweiligen Stadträtinnen und Stadträten in Verbindung setzen, wegen der Übergabe der iPads, damit dann auch wirklich kurzfristig wieder tatsächlich digital gearbeitet werden kann. Okay. Herr Kappler? Ich würde die und meine Kollegen in die rote Mappe legen. Danke für den Hinweis. Achso, für die Neulinge im Stadtrat, die roten Mappen bleiben liegen, die sind kein Geschenk für zu Hause. Die Schirme dürfen mitgenommen werden und die bunten Blätter in der Mappe auch. Und natürlich, ich hoffe, funktionierende Kugelschreiber, meiner schreibt gut, die dürfen natürlich auch dankenderweise mit nach Hause genommen werden. Ich glaube, es ist auch beamtenrechtlich durchaus vertretbar, so einen Kugelschreiber mitzunehmen. Man muss aufs Beamtenrecht hinweisen, das ist ganz einfach so. Also, gut, keine weiteren Anfragen, dann habe ich... Ja, Herr Kasch? Aus dem letzten Stadtrat heraus haben wir einen Antrag zurückgezogen. Und zwar ist jetzt, was Herr Meining gesagt hat, ein Entwurf liegt vor, also lag vor, die Aufwandsentschädigungssatzung. Ab 1. Juli ist eine Pressemitteilung rausgegeben worden von Land, Satz und Anhalt. Wollen Sie da weiter ausführen? Also, Entschuldigung, nach der Geschäftsordnung, Herr Kasch, sprechen Sie den Stadtratsvorsitzenden an. Und wenn der das jetzt nicht beantworten kann, dann gibt er die Frage an Herrn Meining weiter. Und das mache ich jetzt auch. Das ist korrekt. Diese neue Verordnung ist zum 1.7. in Kraft getreten. Das haben wir in der vergangenen Woche auch so erfahren. Wir werden Ihnen, wie versprochen, natürlich diese Sachen zur Verfügung stellen, auch wenn der E-Mail-Verteiler steht. Und der Vorschlag wäre, das hätte ich jetzt auch noch gesagt, dass ich kurzfristig dann für den August, also wenn die Ferien auch vorbei sind, zu einer ersten Fraktionsvorsitzendenrunde einlade, um dort das weitere Prozedere mit dieser Verordnung und dem Fortgang, also was die Aufwandsentschädigung anbelangt, dort mal zu besprechen. So lange gilt die gültige Aufwandsentschädigungssatzung. Ich hätte, wenn es keine Anfragen und Anregungen sind, noch zum Tagesordnungspunkt 18 etwas zu sagen. Als nächsten Sitzungstermin schlage ich den 28. August vor und für dieses Jahr noch weitere zwei Termine am 30. Oktober und am 4. Dezember, wo es dann um den Haushalt sicherlich gehen wird. Also 28. August. 30. Oktober und 4. Dezember als Information über die nächsten Termine. Wenn es dann weiter nichts gibt, bedanke ich mich für die konstruktive Zusammenarbeit, bedanke mich nochmal für das Vertrauen, das mir geschenkt worden ist und wünsche Ihnen einen schönen Abend und einen guten Heimweg und bis zur nächsten Stadtratssitzung. Schönen Dank. Schönen Dank. Vielen Dank.